Vor allem die zwei Schlawiner, die hätten ja ruhig mal ein bisschen mehr was erzählen können. Ja, für Silbertai wächst die Gebietskarte. Ah, doch, hier war ich noch früher. Alles Abfall. Was soll ich denn mit Schwächungs tränken? 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 Leandra und ihre Kronien sind alle Lunatiker, aber sie sind weit von brainless. Das ist sehr hilfreich, nicht. So, da unten ist die Hexenhütte von der Weißhaarigen. Der Weißhaarigen Hexe, die zwischendurch mal erwähnt wurde. Die Schwester von der Mittleren. Was soll ich denn mit Schwächungs tränken? Was soll ich denn mit Schwächungs tränken? Was soll ich denn mit Schwächungs tränken? Björn, was tut ihr hier? Was ist das? Ein Bandit? Das sind die Flüchtlinge, meine Liege. Zwei der sehr wenigen Seelen, die auf der Hunde zu schaden, wenn die Orken geflogen haben. Wir hoffen, dass wir den Silverglan zu erreichen, aber wir wurden von Highwaymen attackiert. Die Diebeln würden uns schraubt und schraubt, wenn es für Alfie nicht gewesen wäre. Die braveste Kreatur schloss einen davon. Aber nicht bevor sie sich selbst schrecklich verletzt haben. Brechen wir über Alfie. Das bravest Wäste der Verbreitung in der Brille ist Alfie. Aber der poor Blighter ist schrecklich, wie eine Stuckpeg, und kann nicht mehr move. Das würde es wohl sein, wenn es eine Banditkiller in einem Woodfulle von Bandits wäre, würde es? Besides, all our worldly wealth is strapped to his back. We'd be destitute without it. Und yet, we can hardly stay here forever. Silverglan is close enough to see the chimney fumes from here. Mara absolutely refuses to leave Alfie's side And like I said, I'm inclined to agree with her. If only... A stout champion would... Step up. Er braucht einen Heiler und keinen Helden. Erzählt mir von der Jägerschneide. Oh, it was not but a small stock for trading folk along the long road south to Sisiel. Oh, we got along all right. But now our little home's finally been undone. Orcs invaded. And the source hunter who was meant to protect us didn't save a one of us. Aber ich glaub den mal. Oh, we'd be mighty grateful if you had escort us to Silverglan, your night ship. For it is our aim to set up shop there. A new smithy in a new town. Without Alfie though, without the tools he carries. I'd be like a fisherman without his rod, grasping for salmon with his bare hands. Never could I produce the quality of work for which I'm renowned. Our predicament is clear. And the biggest problem is that Alfies runes are so dire, no ordinary healing potion will work. He needs... Well, I don't know what he needs. But they say miracle cures are produced by the priests of Silverglan. Ja, ich bin aber bereit euch nach Silberthal zu begleiten, wenn ihr es seid. Oh, we are my liege. Though, like I said, it would grieve us dearly to leave Alfie behind. Wir sollten erst versuchen Alfie zu heilen. You're right. We should try to heal Alfie first. Indeed. He carries your belongings after all. I'm glad you've agreed Alfie needs to be saved before we can depart. Please leave no stone unturned in your search for a concoction. That will heal his wounds. Wir machen erstmal das einfachste und schäbigste. I'd add some of these blue mushrooms we saw to this here hodgepodge. But my uncle added them just that they weren't for you. Please. No, no. You're hurting him, Sir Knight. No wizard's tricks will cure poor Alfie. Okay, Zauberei hilft nicht. I knew that man, Comrade. A fine blacksmith Bjorn. It gladdens me more than you can imagine. To see he and Mara escaped Hunter's Edge. But it's no wonder he blames me for what happened there. Erzählt mir woran ihr euch erinnert. Well, it started like any other day, Comrade. I told you before and this much was true. Hunter's Edge was a quiet place. There hadn't been a peep from the Phantom Forest nearly a century. And save the occasional drunken orc wandering in from the west, there was nothing for any of the townsfolk to fear. I was on patrol one sunny afternoon when I stumbled upon a pair of scrawny orcs building a fire. Bellowed at him to get. But they went for their swords instead. Well, I made short work of them. But I couldn't find their tribe insignia anywhere. What I did find was a deep red apple sized gemstone in one of their pockets. It was warm in my hand and seemed far too fine a treasure to belong to an orc. Ah, klingt nach einem Blutstein. You and I both know that now, but then, my senses were dulled by years of peace. I'd grown soft. I was foolish. I figured it to be an oversized ruby. And it was the worst misjudgment of my life, Comrade. Their kind never did take a shine into such a finery. So I assumed it'd been stolen for its trading value. I pocketed the gem and planned on sending it up to Academy North for the order to deal with. All was peaceful back at the village. All was quiet. If only I'd known then. If only I had paid attention. Had seen the signs. The Orcs, sie waren natürlich hinter dem Blutstein her. Night had only just begun to fall when they surrounded us. It could only have been a few dozen, but they swarmed like hundreds. Those of us who resisted were immediately cut down. I watched the blood of innocent villagers spill into the streets. I saw their bodies hit the ground. People, it was my job to protect, Comrade. Schönen guten Abend, Iriador. Eure Wachsamkeit macht jetzt deutlich mehr Sinn. I made myself promise that night, Comrade. Never again would I let another sign of source pass me by unnoticed. Never again would I fail to see my school duty. It's a promise I intend to keep. So close to a wall. Oh, we never stopped for a wall. Oh, we never stopped for a wall. Let's... Let's discuss it another time, Comrade. It ain't easy for an old bear like me to greet these ghosts. For now maybe we ought a soldier forward. Plenty to be done around these parts, eh? Ready to advance? Ready to defend? Ach, Madora. Du bist der härteste... Sie ist die härteste in der Gruppe, eigentlich. Und nein, sie haben nichts beim Friseur vergessen. Meine Haare sind nur nicht gemacht. Naja, vielleicht finden wir einen Weg, euch zu heilen, Alfie. Ich versuchte dein Herz nur, um es zu suggerieren, mein Freund. Aber ihr braucht wirklich kaltes Magik, um diesen debbelsten Gas zu kümmern. Ich habe gehört, dass sie in Heerenrituals in Silverglen, welches, ironically, ist das ganze Ort, wo wir uns nicht zu erreichen können. Wir drei? Hm. Wir haben einen Blutstein. Ein Blutstein? Dann ist es nicht dein Macht, mich zu heilen. Willst du? Oh, nein. Es ist nichts, als ein Schwirrl. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! My nerves are all shot! Hm. Wir sind in der Lage, dieses ärme Tier zu retten, also sollten wir das auch tun. We have the means to save this animal, and so we shall. Das wäre eine gütige Entscheidung. Damit haben wir die Quest ein bisschen abgekürzt. Aber das ist genauso null, als glaube ich das. Hast du? Alphi ist doch wieder gesund. Wir kriegen so den Schmied. Aber Alphi ist super hässlich. Also wahrscheinlich ist er für seine Spezies wunderschön. Oh, jetzt blinke ich die ganze Zeit nicht rum. Das macht mich nervös. Das hat damit zu tun, dass wahrscheinlich jetzt dadurch, dass wir den Blutschein benutzt haben, sich irgendwas wieder am Ende der Zeit verändert hat. Silvergläge! Ich kann sehen, die Wunsch-Towers! Wir sind jetzt schon da! What's over that far hill? Endlich fallen, die keine Skelette sind. My victory! Ich fühle besser already! Rein in den Busch! Rein in den Busch! Nächster eingefroren. Bleib stark, Björn und Mara! Er ist halt so hilfreich, ey! Er hat sich an den Eier gekratzt. Und Alphi soll sie vorher gerettet haben. Vor was? So, die erste, der erste ist gestorben da rechts. Die Eier, dann schlange ich euch kurz zu schlafen. Ah, endlich tun sie was. Ach, das ist doch alles recht kacke hier. Das blendet, der ist aber eh eingefroren und der andere ist weggelaufen. Dann holt er erst ein bisschen Energie aus dem raus. Ein bisschen was Lebenskraft. Eingeweihter. Gehört, der hilft uns. Ich glaube da ist einer von der Stadt, vom Silbertal. Gehört. Versuch mal dich zu verzaubern. Da kämpfst du für zwei Runden halt auf unserer Seite. Oh nein, Björn! Das war's mit dem Schmied. Und alles nur weil Eifi uns nicht hilft. Kann ich einfach eine Schrift oder der Wiederbelebung auch für ihn verwenden? Hm? Das war's mit dem Schmied. Ah, tut mir leid, Mara. Du musst das Schmiedehandwerk übernehmen. Ah! Someone! Help me, please! Do you think we'll need it? Sei entspannt, dein Mann ist nur tot. Wie man sieht, nimmt dir das nicht besonders mit. Ein Quellenjäger! Was ist das hier für ein Ort? Was ist das hier für ein Ort? Dann, of course. Once the Abode of Miners, now the Abode of the Faithful. We have traded the search for silver for the pursuit of divinity. I'm sure this sounds strange in what a stranger's ears, but you must know that but a short while ago a frightful sickness felled us by the dozen until she who speaks for the goddess brought us a cure. She showed us how we may overcome the frailty and even the decrepitude of our mortal bodies. That is why we now live a life of devoutness and civility, so that we may become immaculate. But I suggest you talk to Father Loic if you want to learn more about the ways of the goddess. Be welcome therefore to Silver Glen. Blessed be all immaculates. Nur religiöse Fanatiker. The Tears seem to be a friendly enough bunch. Beware of the Lost Ones out there, Wanderer. Seem, being the awkward it would. Their blood is infinite. Silver Glen. It's over. We did it. But Bjorn. My dear husband. Fallen. Curse this black day. I have lost everything. You couldn't help it. I know you couldn't. Bjorn, my sweet. Gone. Alfie, old friend. Your poor master is gone. Irgendwie hat sie sehr viele Atemlücken. What is to become of me now? Oh, but I know, don't I? A blacksmith's wife I was in Hunters Edge. And a blacksmith I'll become in Silver Glen. For such is the one purpose in my life that remains. To honor dear Bjorn. I, come what may, Sir Knight. I thank you for standing by me. By us. During our hour of need. The fate seemed it fit to treat me cruelly. But you? I thank. Ja, Hauptsache, wir verlieren Sympathie bei ihr. Obwohl wir sie und Alfie gerettet haben. Ich kann nichts dafür, dass ihr Mann ins Messer gelaufen ist. Oh Gott, I passed the trial. Friend, this is most excellent news. Welcome to the Popular Fold. Yes. I can feel the goddess in the figure coursing through my very veins. Hmm. Over here, sui tees. Oh, okay? Sure. Like, to see you later. Hmm. Over here, sweet cheeks. Um A, ich kann dir einen Moment zusammen zeigen. So, bei dir weiß ich, dass Schlösserknacken schon an die Grenze gekommen ist. Wie hat er mich schon schloss, was er nicht knacken konnte? Und du wirst Frontkämpfer. Aber es bleibt bei plus drei. Dann bekommst du noch mehr Stärke. So, jetzt ziehen wir auf acht Aktionspunkte dann hoch. Hm. Bogen verstärken oder machen wir... Warten wir noch einen Punkt. Ich warte noch einen Punkt, dann kriege ich die auf Stufe vier direkt hoch. Dann ist sie mit ihren Scharfschützenfähigkeiten durch, was maximal geht. Hi there cutie pie, want to have a good time. Böhm. 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 Wahrscheinlich besiege die Goblins, töte die Hexen und alles andere für dich erledigen. Hören wir uns die Einzelheiten nochmal an. Dann reden wir über euren Ruhestandsplan. But you're a sourcehunter. You can sniff out any point of mystery. So let's make a deal. You find the Tenebrium and bring it to me. And I'll deliver you a few pieces of information about Silverglen. And Lardens in particular. That are sure to make your mouth water. I wouldn't wish the wrasse on me worst enemy though. So let me give you a little something to contain the Tenebrium bars. It's lined with the fragments of a special stone that keeps rats' ill effects at bay. Erzähl mir mehr über den Trollkönig. Apart from Gungir's stature and incurable case of the Uglies, he's not so different from a parakeet. Got a brain the size of a pea and a fervent passion for all things bright and shiny. The nutty oaf sits on a river of silver beneath these mines, but leases it to the mining company for a fraction of its worth in gold. He'd rather put those hefty minions of his on toll duty, than mine these hills himself for five times the reward. That's a troll. I can't be certain myself where his cave is located. But at least one of those oaf lackeys of his must know where to look. They've got to do something with all the gold they've gathered in the course of guarding those damn bridges, haven't they? Also werden wir auch einige Trolle noch treffen. Well, kick my cap and call me soon. Taking tasks from back dealers, are we? God's almighty. Haha, your squawking is so much like an angry mockingbird. That's in Stufe 18 Bogen, with them can I eh nothing to start. But with the Pfeil can I start. I can 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 start.